Ein Blick auf den Automobilmarkt. Die europäische Zulassungsbehörde hat Zahlen vorgelegt. Danach ist der Anteil der E-Autos auf 10% gestiegen. Stefan Wolf in Frankfurt an der Börse. Wo war das Wachstum denn am größten? Am stärksten ist der Anteil von E-Autos, reinen batteriebetriebenen Fahrzeugen in Spanien und in Frankreich gestiegen. Das liegt v.a. an staatlichen Subventionsprogrammen, aber auch Investitionsprogrammen. Frankreich hat z.B. im vergangenen Herbst ein milliardenschweres Programm aufgelegt, um staatliche Investitionen in die Infrastruktur und in Batteriewerke zu finanzieren und zu ermöglichen. Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass mehr Leute auf E-Autos umgestiegen sind. Im Gegenzug, nicht weiter verwunderlich, sinkt der Anteil klassischer Benziner und Diesel. Wenn man sich die deutschen Anteile mal anguckt, da lag der Marktanteil von einem Jahr noch bei 62%. Der ist jetzt auf 56% gesunken. Also Diesel und Benziner weiter auf dem Rückzug. Der deutsche Aktienindex, nicht auf dem Rückzug, steigt um 34 Punkte auf 13.300. Und 42 Hoffnung auf eine Lösung der Gaskrise. Nach wie vor der Motor. Danke, Stefan Wolf, nach Frankfurt am Main. Es ist ein Schritt, um Ordnung in das politische Chaos zu bringen. Zumindest auf dem Papier. Das Parlament in Sri Lanka hat einen neuen Präsidenten gewählt, den früheren Ministerpräsidenten Vikrimi Singh. Im Parlament stimmten knapp 60% der Abgeordneten für ihn. Sein Vorgänger Rajapakse war nach wochenlangen Massenprotesten ins Ausland geflüchtet.